Wie war dein Urlaub? Er war unglaublich. Hattest du Sex mit einer Braut? Mehr als nur das. Jungs, ich werde heiraten. Ist das ein Witz? Kleiner Scherz. Was machen Braut und Bräutigam in ihrer letzten Nacht in Freiheit? Wir lüten uns zu. Das ist Ramsay. Er ist der Sohn, den der ich nicht hatte. Was macht Ramsay bei mir im Zimmer? Ich pack das nicht an meinem Hochzeitstag. Rüdiger. Es ist noch nicht zu spät, um abzuholen. Oh nein, Luke können wir abschreiben. Du musst jetzt die Rede des Trauzeugen halten. Ist das etwa, Koks? Das stärkt da oben dein Selbstvertrauen. Echt? Ach, wie nett, Barbara. Ist das Kokain? Ja. Was steht denn noch da und glotzt blöd? Her mit dem Stopp! Was immer hier für ein Irrsinn läuft, bring das in Ordnung. Beifall für die Rede des Trauzeugen. Titten. Titten. Das sollte der denkwürdigste Tag meines Lebens werden. Wie ist er das schon? Nein! Braham? Ja? Wiederbeleben los. Nicht bei einem stinkenden Wiederkäu. Es ist nicht, wonach es aussieht. Tom! Barbara! Braucht ihr vielleicht noch, ähm... Heimtücher? Graham? Frisches Handtuch? Äh, danke, nein, Barbara. Ja! Ich bin, 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 ich bin Vielen Dank.